Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu ja, Ultimate Chicken war ich wieder zusammen mit Eric ähm, ja, wieder nachvertont, wie schon die letzte Folge und ja, das wird jetzt auch die nächsten Folgen so bleiben äh, ich weiß gerade ehrlich gesagt, ich mal, wie lang die Aufnahme jetzt oder die Folge jetzt ist ganz genau irgendwas in die 7 Minuten rein äh, 7 Minuten 26, okay, das krieg ich noch gerade so irgendwie hoffentlich gebacken dass ich 7 Minuten 26 irgendwelchen Blödsinn erzähle das wäre ganz gut ähm, ja, das letzte Mal, dass ja auch ganz gut funktioniert dass ich irgendwie die Zeit überbrücken konnte das war, denke ich, okay und das wird jetzt auch die nächsten Folgen so bleiben deshalb, die nächsten Folgen ist halt Eric auch nicht dabei einfach aus dem Grund, weil es mit dem Ton eben nicht geklappt hatte wie ich das schon das letzte Mal gesagt habe naja, und ich werde das jetzt auch wahrscheinlich vor jeder Folge dann so klein unten einblenden, damit jeder weiß, der gerade nur die Folge anguckt dass ich in der Folge so der Falle ist ansonsten, wenn ich das bloß nebenbei mal irgendwie in der ersten Folge der Aufnahme die ich ja schon erwähnt habe dann kriegt das ja nur der Hälfte der Leute mit und das wäre dann, glaube ich, auch nicht so geil von daher mache ich das einfach so ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt demnächst nochmal irgendwas anderes aufnehmen werde denn, ich habe jetzt, ja wie gesagt, noch ein paar Folgen hiervon und die will ich noch gerne raushauen und ich habe jetzt erstmal zwei Wochen Urlaub das heißt, ich werde jetzt vielleicht eventuell nicht größer Vorrat aufnehmen erstmal weil in den zwei Wochen habe ich jetzt eh Zeit zum Aufnehmen, hier ein bisschen und da brauche ich keinen größeren Vorrat anlegen sondern kann ich entspannt an dem Abend oder zwei Abenden vorher dann irgendwann mich da hinsetzen kann ein, zwei Folgen aufnehmen oder drei oder hundert ja, das ist so wahrscheinlich wieder der Trott, wo man sagt okay, ich habe ja eh noch Zeit und dann irgendwann mal macht man es und hat dann halt viel zu viel, äh, gewartet oder viel zu lange gewartet und am Ende hat man halt Pech gehabt weil die Folgen dann wieder nur kurz wären beziehungsweise die Aufnahmesessions nur kurz wären weil man dann in Zeitdruck gerät so ist das ja eigentlich meistens wo man dann einmal so die irgendeine Zeit hat ja okay, was gibt es denn eigentlich Spannendes zu erzählen ich glaube gar nicht so viel ich glaube ja gestern schon nichts Spannendes zu erzählen deshalb gibt es heute auch nichts ähm jo, das ist toll ich habe jetzt übrigens den Discord hier unten verlinkt den Community Discord denn das hatte ich ja das letzte Mal gesagt gehabt dass ich das eventuell auch mal unter den Videos verlinken sollte das wäre von Vorteil gewesen das habe ich jetzt getan allerdings ist er relativ weit unten verlinkt der hier möchte ich in der Beschreibung ein Stück weit runter scrollen ich sollte hoffentlich kein Problem sein aber generell gesehen weiß ich, dass die meisten Leute entweder gar nicht oder halt nur den oberen Teil der Beschreibung angucken das heißt der untere Teil, wo man halt hinscrollen muss da werden mit Abstand die wenigsten Leute das mitkriegen aber das lässt sich nicht ändern ich will hier auch nicht ganz oben in der Beschreibung klatschen sondern halt so naja, Mitte bis untere Hälfte finde ich eigentlich schöner und da habe ich das jetzt auch gemacht toll ne habe ich einfach bei den allgemeinen generellen Links mit reingeklatscht da wo halt auch andere Sachen mit verlinkt sind wollte ich unterstützen und klar nee, warte mal, was ist da noch verlinkt? das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf egal ja, ich bin total professionell vorbereitet ich gucke nämlich gerade nicht nebenbei irgendwas nach das ist total toll und total crazy aber, ja das wäre so einfach nebenbei nachzugucken wäre halt wirklich richtig einfach und ist doch auch schön, wenn man dann so ein bisschen unvorbereitet und spontan sowas macht, oder? denke ich mal ja, ich finde das schön und schöner ja das ist jo total toll und total der Plan ok, was machen wir da jetzt noch schön nicht für 3 Minuten 3,5 Minuten was laber ist noch schön nicht ne, 2 Minuten ist nicht übernommen ok naja, das blick ich auch noch gerade hier hin 2 Minuten die Folge jetzt hier irgendwas zu erzählen sollte eigentlich kein großes Problem sein das eigentliche Laber-Let's Play ist ja wenn man es so sieht, Minecraft weil da laber ist am meisten irgendwelchen Blödsinn aber ich möchte ja jetzt hier irgendwie die Folgen decken und überbrücken und deshalb laber schalte jetzt hier irgendwelchen Blödsinn das ist total spannend so ähm was gibt ich eigentlich tolle, was ich erzählen könnte ich müsste vielleicht mal irgendwie überlegen was ich die Folgen erzähle und ich einfach irgendwelchen irgendwas erzählen, ne ich wäre vielleicht von Vorteil wenn man halt vorher sich überlegt ok, in der Folge erzähle ich das hier und in der Folge erzähle ich das da könnte man da vielleicht auch etwas sich vorbereiten drauf aber nö, das wäre zu einfach das wäre wirklich zu einfach ja, die erste Folge die kam ja jetzt sogar schon online die erste nachvertonte Folge und die zweite Folge ist natürlich irgendwie jetzt die kommt dann morgen online total crazy und veröschert heute logischerweise aber ja, das ist so der Plan total toller Plan aber es ist der Plan super ok ja, ich finde das aber ehrlich gesagt sogar ganz gut dass ich gerade jeden Tag die Folge für den nächsten Tag nachsynchronisiere das ist eigentlich also sie ist noch relativ entspannt weil da hat man noch ein bisschen Zeit als Puffer ne und man muss dann nicht sagen hier, äh jetzt mische ich aber und ja das ist so das, weshalb ich das gerade mache damit ich nicht an dem Tag dann feststelle oh, ich muss noch die Folge nachvertonen die Folge noch schneiden und je weiter ich geschnitten habe ich das Ganze ich muss halt nur noch mal mit Ton schneiden weil es total schön ist naja, egal auf jeden Fall was gibt es weiter ein tolles zu erzählen ich bin jetzt schon bei sechs Minuten fast, ne ist spannend super spannend naja, ist auch egal ich finde es trotzdem an sich eigentlich mit den Nachfotoren relativ ok und auch gar nicht so schlecht besser als wenn ich die Folgen gar nicht ausfallen lassen hätte ehrlich gesagt das wäre ja noch die andere Option gewesen aber ich wollte es halt nicht weil erstens man hätte halt ähm die Folgen nie gesehen logischerweise und wir haben halt neue Sachen gemacht wir haben neue Fischer gesehen und neue Maps gemacht die zu dem Zeitpunkt neu waren wir haben die zwar auch in der letzten Aufnahme-Session stellenweise nochmal gespielt aber hier kann man halt den ersten Run in der neuen Map sehen was ich persönlich halt wie gesagt relativ interessant und spannend finde ja das ist der Sinn der ganzen Sache ist schön und ich weiß ich weiß halt gar nicht ich glaube in der Runde die jetzt gezeigt wird verliere ich habe ich irgendwie so ein Gefühl aber es ist auch egal so auf jeden Fall würde ich dann auch fast schon bald sagen vielen Dank für's Zuschauen und ja ich habe verloren super vielen Dank für's Zuschauen und bis zur nächsten Aufnahmesession bis zur nächsten Folge vor allem erstmal hier bei Ultimate Chicken Horse oder bei was ihr auch immer gerne anschaut ja es gibt ja denke ich viele Channels auf meinem Kanal genau viele Videos auf meinem Kanal da wird schon irgendwas spannendes dabei sein also von daher wie gesagt vielen Dank für's Zuschauen vielen Dank für's dabei sein und bis zum nächsten Mal hier adieu und tschüss und bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020